Leute, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, kommt in mein Discord rein und checkt auf jeden Fall mein Twitch ab, lasst auch ein Follow und aktiviert die Vlog und ab ins Video. Die meisten Frauen auf dem Staat hassen mich hier, genau wegen dieser Sache jetzt. Achso, ja, okay. Du wirst mich wahrscheinlich auch danach hassen, aber egal, mir ist es wert. 12 Sekunden später. Okay, doch, oh mein Gott. Was? Zum P. Ja, verstehe schon. Ist das ein... Weiß ich nicht. So, fangen wir mal an, warte mal ganz kurz. Zieh mal deine Hose aus. Äh... Also nicht in dem Sinne, weil... Ja, ja. Das ist was anderes. Nein, oh mein Gott. Warum? Also, Mädchen, wie heißt du nochmal? Edina. Mehmet, okay. Hör mal zu, welche Farbe hat dein Tanga? Ich will Farben, das musst du wissen, ne? Ah, okay, ich kann es dir sagen, es ist rot. Scheiße! Jüngle, du siehst aus wie Cisco, Digga. Ich will doch wie Cisco aussehen. Äh, der nächste, man. Bitte kurz vorkommen, Ausweis zeigen, bitte. Aber welchen Muskel geht das? Ja. Direkt, äh, direkt nochmal in dem D-Funk vorbeischauen, äh, durchlesen und dann kannst du wieder herkommen. Ich hab schon alles gelesen. Ja, dann wirst du es wissen. Es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, dass du, äh, hier auf den Start kommst und denkst, dass du alles geschenkt bekommst. Nein. Hä, hab ich doch gar nicht gesagt. Es ist mir scheißegal. Ey, was ist denn dein Problem? Es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal. Was ist los mit dir, Mann? Ich schreit... Ich schreit... Ich schreit... Digga, ich schreit nicht... Ey. Weißt du was, Digga? Ich ruf jetzt meine Cousins. Ruf deine Cousins, du dummer Bastard, Alter. Ja. Gut, einmal bitte hinsetzen. Ja. Hab ich gesagt, dass es mich stört, dass ihr hier sitzt? Wie sind eure Namen? Äh, mein Name ist Suarez Sanchez. Ich hab nach deinem Namen gefragt. Nach deinem echten Namen. Achso, mein Name... Du wirst du etwa kein Deutsch. Mein Name ist Berkin. Mein Name ist Mohamed. Also, äh... Also seid ihr... Ausländer. Nein, ich bin in Deutschland. Also, das ist mir scheißegal. Okay. Du redest wie so ein Ausländer. Ich bin aber Deutsch integriert. Das ist mir scheißegal, was du bist. Ich bin mir sicher, du sprichst zu Hause sogar die türkische Sprache. Ey, mit Einreisen. Einreisen? Hat jemand gesagt, du darfst hier rein? Wer redet mit dir? Was hat der für eine Stirnbekanne? Guck mal, was er ein Gesicht hat. Gut, dann fangen wir jetzt einfach an mit den Grundlagen. Was ist denn RDF? Ey. Der war nicht mein Einreisebeamter. Normalerweise kein Einreisebeamter. Warum sollst du euch verarschen? Digga, ich dachte die ganze Zeit... Alter, Berkin, du bist so dumm, ne? Wir machen jetzt, wir machen jetzt einen heftigen Prank, okay? Die hier, die da, ruft jetzt jemanden an. Und er kommt rüber, weil die denken, die haben ein Date. Aber dann... Hey. Ja, Mann. Mara, du weißt, was du zu tun hast. Ja, diese Videospiele. Oh, ja. Oh, alles gut bei dir? Wenn du willst, können wir uns jetzt treffen. Du dich, du dich. Egal, wir schwimmen. Kommst du hierhin, weil mein Auto wurde gerade eben abgeschleppt. Ja, ja, ja. Super super. Okay, er kommt. Ja. Oh, shit. Der hat bestimmt schon einen Ständer in der Hose. Der kommt jetzt. Ja, er ist ja schon gekommen, Digga. Muss auch pissen. Ja. Immer wenn man... Ey, ich schwere, bei mir ist es so. Immer wenn ich mich verstecke oder so, muss ich mal pissen. Er freut sich gerade richtig bestimmt. Wie er sich anguckt, so. Warum klingst du so traurig? Ey, das wird mir zu bunt. Lass runter, okay? Bist du bereit? Darüber unterhalten. Wir brauchen Power. Wir brauchen Power. Geh mit der Situation. Okay, okay, okay. Zwei, eins. Ey, mach die Hände hoch. Mach die Hände hoch. Schämst du dich nicht? Hä? Hat sie die Sprache verschlagen? Gerade hast du noch so fleißig geredet. Mit meiner Frau und mit der Mutter von meinem Sohn. Hä? Mit der Mutter von meinem Sohn und mit meiner Frau. Hat der gerade nicht geredet die ganze Zeit? Doch, der hat die ganze Zeit geredet. Hat sie die Sprache verschlagen, Malaga? Yo, was geht? Yo, was geht? Jetzt kannst du reden auf einmal. So, wie heißt du denn? Bist doch irrelevant. Ja, weißt du was? Du bist auch irrelevant. Ah! Schnell weg hier, schnell weg hier. Ich hab Angst. Lass los, los, los. Kriege ich dein Auto? Kriege ich dein Auto? Das ist nicht mein Auto. Was haust du mich jetzt? Ja, ich schnall's, Digga. Ganz schnell. Nein. Ey, nicht schieß. Er hat gesagt, Digga. Pech, Pech, Digga. Er hat gesagt. Aber dann. Aber dann. Aber dann. Redet ich hier mit einem Polizisten oder mit einem Drittklässler? Hör zu, okay? Yeah, motherfucker. Wenn jetzt. Fuck, fuck. Die Geisel ist weg. Die Geisel ist weg. Okay. Ja, aus drei, wo denn zwei? Jetzt haben wir zwei Geisel. Verfickte Scheiße. Wo ist die hin? Ich krieg ne Meise. Was für ne Scheiße. Wir machen einen Laden raub. Bruh. Digga, ich schwör, ich lieb eins. Die schreit wie, Digga. Aber kennt ihr diese Cops, die einfach keine RP können? Die sind mehr Gambo als jede Fraktion, Digga. Hier, das ist hier. Ich hab ein perfektes Meme gefunden. Sorry, Mero. Das war auf. Ey. Was für Mero, deine Mutter. Kache. Okay, okay. Hat meine Mutter bereidigt. Jetzt muss ich auf die verfickte Bühne, Digga. Meine Mutter, Digga. War egal, was ich trinke. Renne vor, Trubus. Meine Beine sind flink. Keiner grad hier, weil... Yeah. Okay. Okay. Yeah. Mit deinen geklauten Lines machst du mir auf Straße. Verpiss dich mal mit deiner Farid-Bang-Nase. Oh, Mann, was ist denn jetzt so krass heute Nacht? Okay, jetzt pass auf. Okay, seien wir ehrlich. Wie war ich? Seien wir ehrlich? War geil. 10 von 10. Ja, kann man nicht sagen. Nein, nein, nein. Du warst hier als erstes. Matt Grau. Ey, ich war als erstes da. Nein, du warst nicht als erstes da. Ich war vor dir da. Wer bist du? Lass mal deine Maske aus, Digga. Hier herrscht Maskenverbot. Ja, ist doch mit einem Auto hergefasst. Du hast ein Fresseverbot. Mach mich auf Darth Vader. Wie? Was hat der Mose? Sag mal. Hendo. Was hat der Mose? Ja, das ist auch hier, Digga. Hier. Äh, Sekunde, Digga. Ist rot, ne? Und? Jungs, das könnt ihr nicht machen, Digga. Wie, können wir nicht machen? Dann haben wir eine Waffe am Kopf, Held. 12 Sekunden später. So, jetzt frei lassen. So, jetzt geht's weiter. Also, Matt Grau und, ähm, keine, kein Perle. Na, Kollege, was hast du gerade gemacht? Digga, ein Wunder, dass ich's mal durch die Einreise schaffe. Freiheit jetzt, Tellame. Okay, guck mal, wir sind zu zweit. Du und ich, okay? Wir sind füreinander bestimmt. Wir müssen jetzt zusammen, wir müssen zusammen was schaffen. Oh. Mashallah, Digga. Ich muss jetzt meine Wut rauslassen, Digga. Was, du hast meine Mutter beleidigt? Hier. Hier. Komm, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt trainieren, Digga. Mach dich bereit. Siehst du den da hinten an der Wand? Mohamed Ali. So wie der werden wir. Auf, Digga, einer geht noch. Ah. Ah. Du tust deinen Kopf gegen Schlauhe hauen. Ich bin bereit, Digga. Ich geh jetzt in den Ring. Auf der einen Seite sehen sie, Digga, Abdi. Heavyweight Champion, 140. Okay, ey, wir müssen uns hier nicht boxen, okay? Lieber nicht. So, wunderbar. Ah, Medic. Ah, ich hab Würmer im Arsch. Können Sie mal nachschauen, ob was da los ist. Okay, nix tun. Da müssen Sie einfach so auf... Sie sind doch Arzt. Ich hab Würmer im Arsch. Der Arzt. Wer bist du? Jamal Junior. Du siehst doch aus wie ein Jamal. Ähm, die Dame, es dürfen nur echte... Also, wenn du ein Mann bist, darfst du hier so nicht einreisen. Männer, Männer dürfen... Jetzt bin ich ein... Einreisenbeamter. Entschuldigen Sie mal. Sie sind doch geil, ne? Aber sind wir nicht tolerant hier für alles? Also akzeptieren wir keine... Hier, hier. Davon distanziere ich mich. Davon distanziere ich mich. Oha. Ja, das heißt, du bist keine Frau, also musst du dich... Geh nicht umoperieren. Du bist hier nicht willkommen, sagt er. Ey, Jamal, Digga, was drängelst du? Ey, Jamal, Digga, komm mal nach hinten wieder. Bruder, kein Stress, kein Stress, Mann. I miss the old Kanye, straight from the go Kanye, chop up the soul Kanye, set on his nose Kanye, I hate the new Kanye, the bad mood Kanye, the always rude Kanye, spazin' the news Kanye, I miss the sweet Kanye, Yeah, chop up the...